Willkommen zu Minecraft Minigames. Ja, der erste Minigame ist Jump'n'Run. Da hier, Jump'n'Run und wir sitzen da jetzt schon ungefähr eine halbe Stunde lang dran. Arminar! Und er hat sich gedacht, er nimmt einfach mal so. Das ist so eine Map, die haben wir uns von Minecraft.net runtergeladen. Oder Niklas? Ja. Darf ich mich kurz zu dir teleportieren? Teleportiere dich. Nein, ich wollte dich gerade zu mir teleportieren. Okay, diese Map ist gerade sauschwer. Hast du mich gerade zu dir teleportiert? Nein, ich habe mich zu dir. Oh, nice, Niki, ich bin unten. Ich bin unten. Okay. Warte, Niki, bleib, 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 ich teleportiere mich zu dir. Nein, ich bin nur auf einem Block. Okay. Spring. Nein! Bleib da, bleib da. Ich bin gerade rübergefallen. So, wir haben jetzt mal die Web ein bisschen umgebaut. Wir schafften den Sprung nicht. Wir haben den Sprung nicht geschafft. Dabei sind wir, also er ist der Minecraft Meister. Wait, 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 da bin ich. Was hat das Dings verschoben? Was hat das verschoben? Die Kamera. Entschuldigung. Okay. Es gab einen kurzen Wackel. Alter. Da, hier haben wir jetzt drei Blöcke. Scheiße, ich hätte gefahren. Ich bin oben, ich bin oben. Ich bin vorgessen. Ich teleportiere nicht zu mir. Ich tippe mich zu dir. Da, wir sind jetzt hier. Okay. Geht schön. Bleib bitte, bleib. Tippe dich, tippe dich. Okay, ich bin da, ich bin da, ich bin nicht da. Mach, mach, mach. Okay, da ist der Block. Nein! Warte, ich versuch's jetzt mal. Wenn du's nicht schaffst, Niki. Ich hab's geschafft. Okay, warte. Leiter Block. Nein! Man muss das sneaken. Wenn du da drauf bist, Niki, du musst sofort sneaken. Geh' noch an. Leuch, ich bin bei dir. Ich hab mich noch. Ich hab mich noch. Ich teleportiere zu mir. Ich hab mich noch rechtzeitig zu dir teleportiert. Fangst du an oder was soll ich? Fangen zu an. Great. Ich bin gerade im Sneak-Monus. Fangen zu an. Ja! Hast du's geschafft? Ja! Nein! Bleib bitte. Niki. Ja. Ich hab gesagt, du soll's bleiben. Ich weiß. Das war nicht mit Absicht. Ich weiß jetzt, wie man diese Sprünge in der Macht macht. Doch nicht. Nicht zu mir tippen. Ich bin gerade auf dieser Schau. Er tippt sich einfach. Ja, ich muss! Das Jump'n'Run ist das Schwerste, was es hier gibt. Bist du, bist du, bist du? Ich hab kein Enthalb Herzen gehabt. Ein Enthalb Herzen. Fuck you. Fuck you, mein Beiler. Irgendwie schaut man auf den unteren Bildschirm. Okay, jetzt nicht. Irgendwie schaut das aus wie so ein Wesen. Warte, ja. Wenn der weg ist. Ja. Okay, Niki. Ja. Oh! Ole! Ole! Oh, fuck. He fucked up. Scheiße! Warte. TP dich zu mir. Warte kurz. Ich, ich sneak. Und jetzt mach... Nicht sneak'n! Mach den Sprung jetzt. Okay, warte. Nice. Nice. Okay, Niki, ich bin wieder an der Leiter. Okay. Nein, das schafft man nicht. Weiter. Okay. Nein, der da. Ich mach jetzt einfach mal ein Blanketron. Ich mach jetzt einfach mal ein Blanketron. Ich mach jetzt einfach mal so, ich hab mir an die Skills. Ich bin so ernst wie möglich. Okay, Niki. Gut gemacht. Nimmst du wieder auf? Das ist die schwerste, die wir jemals spielen. Nimmst du wieder auf? Ja! Oh, schön. Nimmst du jetzt wieder auf? Ja. Okay. Die f***t auf, you mother. Wiege... Nein! Nein! Alles ist scheiße. Die ganze Mäppisch scheiße, Alter. Bitch. Waiter. Sei klug. Dich zu mir zu der Pazen. Äh, ich läge. Lol, ich bin tot. Äh, ich bin nicht tot. Ziefir dich zu mir. Sneak lieber. Warte, mach das, mach das, mach F5. Warum messen? Weil wir immer aneinander sind, dann macht das immer. Nein, mir geht's leichter. Scheiße! Ein halber Herz. Das ist mir so erschreckt, dass ich ausgerostet bin. Niki, das TP nicht zu mir. Ja, ich TP nicht zu mir. Warte, ich mach einfach, dass du auch TP kannst. Okay. Okay. Ich stelle's mir rein. Nee, du kannst eh teleportieren. Was? Hast du einfach? Hast du einfach. Warte, ich TP mich zu dir. Warte, warte. Okay, ich bin gerade bei dieser Leiter. Zu Spieler teleportieren. Okay, F5. Weiter geht's. Oh, da hinten ist irgendwie Lava. Sie fängt auf was, da hinten ist Lava. Wahrscheinlich Lava Ranger. Okay, ich bin weiter oben. Ach, du heilige Pisse. Mach weiter. Aber wenn du es schaffst, TP mich dann zu dir. Okay. Ich bin gerade hier. Okay. Ich bin hier. Nach. Niklas, wie lange? Ein, zwei Stunden? Äh, ich glaub so drei, vier, fünf, acht, hundert, zwei. Alter. Nicht runter. Bitte deine Arten. Sofort TP dich. Hab ich. Okay, F5. Nicht sterben hier. Mach E5 Mod. Okay, okay, okay. Okay. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Soll ich mich TP'n? Oder soll ich TP'n? TP'n? Okay, mach's. Ich bin oben. Okay, lass mich das mal machen. Okay. Okay. Okay, TP, TP, TP. Warte, ich versuch's mal selbst. Okay, ich TP'n. Okay, das Loch, ein Riesenloch. Warte, ich TP'n mich. Ich TP'n mich zu mir. Was schon, ich mach's schon. Okay, dann mach's. Okay. Es geht weiter mit. Weiter. Scheiße. TP'n dich sofort. Ich bin da. Ich bin hier zu teleportieren. Hier her springen. Und da ins Wasserbecken. Okay, man überlebt's. Ich bin über... TP'n dich, TP'n dich. Wir spielen schon. Okay. Zweites Videospiel. Lava Run. Warte. Zu Spieler teleportieren. Komm, wir spielen jetzt kurz eine Runde Lava Run. Äh, lol. Wir müssen mal kurz diesen Blocker kaputt machen. Da hat wohl die Map ein bisschen gefällt. Jo. Fail. Okay. Also, als ob. Als ob. Huch. Also, wenn wir hier... Fuck you. Ich sterbe. TP'n dich. Okay, warte kurz. F5-Monus. Du hast dich grad zu mir ausgedacht. Ich lag wieder. Lag dein Leben. Okay. F5. Ich versuch's mal. Also, warte. Lass es mich einmal... Zu Spieler teleportieren. Lass es mich einmal... Guck dir das an. Wir sind so genetische... Guck dir das an. Wir sind so genetisch. Geh zurück. Geh zurück. Ich versuch's jetzt. Okay, ich geh zurück. Ich seh dich immer noch. Ich bin grad... Okay. Was? Wir nehmen auf! So, Entschuldigung. Kurz für den kurzen Laut... Ding. Ich tippe mich zu dir. Zu mir teleportieren. Okay, danke. Das ist gut. Wo bist du gerade? Hier. Ich mach das... Fuck! Warum laufen wir durch Lava, wenn wir hier durch müssen? Oh. Ich zeig schon. Wir werden das rausgerusten. Zack! Okay, okay, okay. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich warte hier, okay? Mhm. Chill, lieber. Nee, oder? Nee. Wir karten kurz bis dorthin. Okay, Niki. Weiter geht's. Bloß jetzt nicht sterben. Wir brauchen... Drei Stunden. Okay, ungefähr drei Stunden, aber mindestens... Teleportier dich zu mir. Oder lass mich... Nein! Nee, bitch. Wo ist der? Entschuldigung für den kurzen Laut. Es wird nicht mehr vorkommen. Du, Spiele, teleportieren. Okay, passt. Ich bin gerade, ehrlich gesagt, eine Stunde... Puh! Nein, Mann, oder? Nee, nur kurz vorne. Lass mich hin, lass mich! Mach du das. Kurz. Schön. Okay, tp, tp. Ich mach dabei schon ein bisschen was vom Lava-Run. Leute, wenn ich jetzt hier in dieses Wasser da anspringe, direkt in den Vicking of Pots. Ich hab's gewusst. Ja. Okay, Niki. Okay. Nein! Bleib, bleib, bleib. Wenn ich jetzt da reinfliege... Bleib, Niki. Bleib. Tp dich. Okay. Und warte, lass es mich machen. Okay. Ich hab dafür eine Ruhe gehabt. Halt. Warum geh ich in den Scheißgarten noch? Okay. Nein! Okay. Brrrr! Acht Stunden. Acht verdammte Stunden. Und dann sitzen wir jetzt an diesem Level. Renn schnell ins Wasser! Ich dachte, du ins Wasser rinzt. Warum? Warum? Ich teleportiert ist. Und das ist schon zu schnell. Und weiter geht's. Alter! So, ich hab dich tippel. Wie lange sitzen wir jetzt schon? Ähm, acht und halb Stunden. Mhm. Ich hab's geschafft! Ne! Warte, wenn ich das jetzt schaffe... Tippel dich, tippel dich. Sofort. Wenn du's nicht schaffst. Ich tippel dich. Warte, ich tippel dich zu mir. Okay, dann mach du was. Mach du mal den Sprung. Geh weg. Ich bin schon wieder in dieser... Okay. Mach es. Ja! Ich hab's! Ich hab's! Okay, ich auch. Komm, mach's wieder. Okay. Und tippel dich. Nein! Und weiter geht's. Ich karte kurz wieder bis zu Tim. Okay, wir sind... Hier. Wir sind hier. Geh! Go! Ja! Go! Hör auf, Mann! Du bist der grüste Bastard. Ich hab's eh geschafft. Ich tippel mich zu dir. Tippel dich! Tippel dich! Tippel dich! Weil die sich schneller teleportieren müssen. Gut. Weiter geht's. So. Cutten oder nicht cutten? Cutten. Hilf mir, ich sterbe! Das war Absicht. Nein. Ich wollte, dass du stirbst, dass du dich dann wieder zu mir tippeln kannst. Ich sneake. Mach den Spruch. Mach den Spruch! Ich hab's geschafft! Nee! TP nicht! ATP nicht! Okay! Das letzte! Oder, glaube ich, das letzte? Arena! Leder! Hört sich nicht gut an! Hört sich nicht gut an! Wir zwei gegeneinander anscheinend. Okay! Okay! Ich geh links, du bist rechts! Ah ja, wirklich! Ich hab' die Sachen! Okay! Alles klar! Warte! Dierschwert, Leder! Okay, Niki! Warte kurz! Okay! Ich bin bereit! Ich geh schon mal in meiner Ecke! Okay! Warte! Oh! Ich glaub' da ist schon was offen! Echt? Was soll das sein? Keine Ahnung! Ich geh' jetzt in meiner Ecke. 3, 2, 1. Tot! Ja! Gewonnen! Gewonnen! Nicken, nicken, nicken! Nicken, nicken, nicken! Nicken, nicken! Kannst du das schon mal geben? Ich töte dich nicht! ernsthaft, ich töte dich nicht. Danke. Dick hier, hör auf. Kannst du mir vielleicht noch meine Rüstung geben? Ich sehe nur meine Rüstung. Ja! Aber du hast gewonnen. Komm, tp nicht zu mir. Ich kenne dich. Zu Spieler teleportieren. Nee, sag mich zu dir teleportieren. Okay, los geht's. Was, los geht's? Einfach runterspringen, oder? Ja, ja gut, ich fang an. Okay, hab ich gestorben? Ja. Warte, tp nicht zu mir. Nein, nicht zu Spieler teleportieren. Zu mir teleportieren, okay. Ich geh runter. Ich hab's geschafft. Okay, was steht hier? Cha-cha-cha-chao.